Amen. Um wirklich das zusammenzufassen, das Evangelium Jesu Christi ist die Kraft Gottes. Und Kraft ist Einfluss. Amen. Und dieser Einfluss ist wirklich die Demonstration der Liebe. Gott zeigt, macht kundig seine Liebe für die Menschen. Und wenn du und ich heute wenn wir Mitarbeiter mit Gott sind, das was Gott motiviert ist genau das, was uns motiviert. Also brauchen wir wirklich zu diesem Ort zu kommen. Es ist nicht nur das, was wir tragen, was eine Rolle spielt. Sondern es ist, wer wir sind. Also wir sind nicht nur Boten, sondern wir sind die Botschaft. Und wenn wir begreifen, dass wir die Botschaft sind, derjenige, der die Botschaft trägt, ist der Heilige Geist. Also brauchen wir Bekräftigung. Wir brauchen uns den Heiligen Geist hinzugeben, damit der Heilige Geist die Botschaft, die wir sind, rausbringt. Amen. Halleluja. Amen. Deswegen fragte Gott in Jesaja, wen soll ich raussenden? Amen. Gott kann seinen Geist nicht hinaussenden. Gott braucht jemanden zu senden, der von seinem Geist bekräftigt ist. Also wir sind alle die Botschaft in den Händen des Heiligen Geistes. Amen. So what we need to know, nun was wir zu erkennen brauchen, was wir zu tun brauchen, is for us to leave for the Gospel. Is that we for the Gospel. Paul says, woe unto me, wehe mir, if I preach not the Gospel of Jesus Christ. Wenn ich das Evangelium Jesu Christi nicht predige. Amen. He lived for the Gospel. Er lebte für das Evangelium. Everything he does for the Gospel. Alles was er tut, war für das Evangelium. The Gospel is our life. Das Evangelium is our life. The Gospel is the meaning of our existence. Das Evangelium is the meaning of our existence. So we said, God himself is the first evangelist. Gott selber is the first evangelist. He preached the Gospel even before creation. Sogar vor der Schöpfung hat er das Evangelium gepredigt. That everyone will have their identity in a person, in his son Jesus. Dass jeder ihre Identität in seinem Sohn Jesus findet. That is the Gospel. Genau das ist das Evangelium. And today you and I, we are privileged. Und heute sind du und ich privilegiert. Not only of having received the Gospel. Nicht nur, dass wir das Evangelium empfangen haben. But today we are the first fruit. Sondern heute sind wir die Erstlingsfrucht. In this generation, that we are today. to be God's mouthpiece. Wirklich Gottes Mundwerk zu sein. To be God's body. Um Gottes Leib zu sein. To express his love to the people. Damit seine Liebe zum Ausdruck den Menschen wird. Amen. 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 Amen.